Was geht ab YouTube? Ich bin's wieder, euer 6FXBlake. Willkommen zum heutigen Adventskalender-Opening hier, Part Nummer 11. Der Yugi Odrang, 999 war gestern bei mir. Wir haben mal zwei Deckfeatures gemacht und auch noch ein Feature-Match. Das Match war dann mein Karakuri Makina Gear Gear gegen seine Standard-Version, also Gear Gear Karakuri. Und ich habe das Match aufgenommen mit der Kamera. Leider fehlen mir die letzten Minuten vom dritten Duell. Sehr ärgerlich, da es ein Match war, das ich gewonnen habe. Aber ich denke mal, ich werde euch das trotzdem hochladen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich heute Part 1 von dem Match hochlade oder vielleicht das Deckfeature. Ich habe mal sein Flower Princess Deck und sein Ghostbrick Deck gefeatured. Da hatte ja Memble Damble auch Interesse dran. Von daher denke ich mal heute noch ein Deckfeature. Und wir schauen jetzt mal, was natürlich Nummer 11 drin ist vom Adventskalender. Und hier drin haben wir den Nitro Synchron. Feuermonster mit zwei Sternen, Maschine, Empfänger. Falls diese Karte für die Synchro-Beschwörung eines Nitro-Synchro-Monsters auf den Friedhof gelegt wird, hier eine Karte. 300 ATK, 100 Defense, Nitro Synchron. Bleibt wie immer dran, YouTube. Gebt mir ein Like oder fixa-fix-flake. Tschüss. Zusو outlook cof, was war genau das Wort, Eiwe Larry. Bis dahin steuert mich.